Und ihr glaubt wahrscheinlich immer noch, dass dieser Vulkanausbruch stattgefunden hat, dass die da oben nur das Beste für uns wollen. Ich war auch einst so gleichgeschaltet, noch schlimmer sogar, Scharfschützer ihrer Ordnungskräfte, Liquidator der Rechtschaffenen für die da oben, ohne es zu wissen, bis mich eine Kugel erwischt hat und die Stimmen angefangen haben, mit mir zu sprechen, bis ich Dinge gesehen habe, die Wahrheit gesehen habe. Und jetzt bin ich hier draußen, wo ich schon immer sein sollte. Sehend, erleuchtet, mich als Söldner verdingend, denn ihre Lügen müssen aufgedeckt werden und der Stoff wieder aufgefüllt, der einzige, dem man heutzutage noch vertrauen kann. Mein Name ist Vincent Lazarus und ich bin ein Scavenger. Ich bin ein Scavenger.